Das ist eine ganz normale Stadt. Hier leben die ganz normalen Klotz. Also das bin ich. Okay, können wir noch ein bisschen... Okay, stopp. Eins zurück. Perfekt. Also das bin ich. Das ist ganz eng. Und wegen meiner so offensichtlich sorglosen Erscheinung ahnt ihr es vermutlich schon. Es wird gleich was Schlimmes passieren. Wanda würde nie einfach abhauen. Einfach so, bis wir handfeste Beweise haben. Sie wurde entführt. Wanda! Was müssen wir die nicht finden? Müssen wir einfach. Meine Kleine. Ich darf sie nicht verlieren. Hope my birth just disappeared. Wir durchsuchen alle Häuser in der Umgebung. Bis wir sie finden. Hope that you reappeared. Wanda! Was machst du denn? Hast du noch nie einen Krimi gesehen? Okay. Was war dahinter? Hallo, ich hatte gerade eine Autopanda. Dann hab ich vielleicht ganz kurz bei Ihnen telefonieren. Hallo, ich bin Pater Schäfer. Ich habe gerade eine tiefe Glaubenskrise. Stopp! Mama! Papa! Mach das nicht so Boomer-mäßig. Nicht in irgendwie behilflich sein. Ähm, naja, wir suchen nach Aufnahmegeräten. Was wollen Sie denn damit machen? Rückkasten. Wir unterschätzen Sie nicht, wie sehr, wann das Schicksal ganz schön das Heim nahe geht. Wanda! Was machen Sie denn da? Oh mein Gott. Wir haben alle Geheimnisse. Geheimnisse. Wir haben alle Geheimnisse. Wir haben alle Geheimnisse. Und jetzt runter. Ich bin der Krimi. Galata, siehst du was? Ach ja. Ich bin der Krimi. Ich bin der Krimi. Untertitelung des ZDF, 2020